Ähm, sorry Leute, dass heute nur ein Gameplay ist, aber ich hab Milchhaut am Daumen verletzt und ich kann damit nicht hotkeen an meiner Maus, ich kann damit auch nicht jittern, weil das merkt man einfach ultra. Deshalb, äh, Leute, es tut mir leid, allerdings heute und morgen, wahrscheinlich auch, wir werden erstmal nur Gameplays kommen und wahrscheinlich auch keine Streams, also, tut mir leid, aber mir wär's auch lieber, wenn's nicht passiert wäre. Ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. Ciao! Ich hoffe, das Video gefällt euch. Hier we go! Ich hoffe, das Video gefällt euch. 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 Ich hoffe, das Video gefällt euch.